okay ich fühle mich stabil dass in diesen projektionstunneln auch immer die aufträge und selbstsimulationen komplett über und ineinander gepresst werden müssen man verliert ja komplett den überblick mümai wann bin ich bericht wann sie sind das ist gleichermaßen unfraglich wie irrelevant die entscheidende frage ist wo sind sie schauen sie sich in mir um ulf senhausen ich stehe auf der ofenbühne über mir der auslege kran hinter mir die katze das da drüben ist ein siemens martin ofen ungewöhnlich ich bin in einem stahlwerk starten sie die dokumentation ulf senhausen ich bin schon dabei dokumentation testdurchlauf des historischen simulationsprogramms 45 0a geschichte des stahl und walzwerk brandenburg an der havel content nutzbar für alle simulationen der real existierenden europäischen union